Am Materialforschungszentrum der Universität Freiburg arbeiten junge Forscher interdisziplinär an neuen Materialsystemen und 3D-Drucktechniken. Die Freiburger 3D-Druck-Allianz, an der zahlreiche weitere Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen beteiligt sind, gestaltet hier die Zukunft der additiven Fertigung. Am Freiburger Materialforschungszentrum forschen wir gemeinsam und interdisziplinär an neuen 3D-Drucktechniken sowie an neuen Materialsystemen für den 3D-Druck. Ich persönlich bin da auch mit in der Forschung dabei. Also ich forsche in meinem Bereich an nachhaltigen und selbst verstärkenden Kunststoffen, die man auch im 3D-Druck einsetzen kann. Um Kunststoffbauteile mechanisch zu verstärken, werden oftmals Glasfasern oder Kohlefasern zugesetzt. Das hat jedoch den Nachteil, dass durch Zusatz solcher Fasern einerseits das Bauteil deutlich schwerer wird. Darüber hinaus wird ein effizientes und einfaches Recycling oftmals unmöglich. Eine nachhaltige Alternative zu solchen traditionellen Verbundwerkstoffen ist der Einsatz sogenannter selbst verstärkender Kunststoffe. Selbst verstärken bedeutet hierbei, dass man Material hat, worin der Kunststoff als auch die verstärkende Faser aus dem gleichen Stoff besteht und man nicht extra nochmal ein zusätzliches Material zugeben muss. Das ist einerseits für den Leichtbau interessant. Darüber hinaus ist es möglich, dieses Material danach wiederzuverwerten. Man kann es recyceln. Das besondere an den in Freiburg entwickeln Materialien ist, dass sie bereits während der Verarbeitung in der Kunststoffschmelze faserähnliche Strukturen ausbilden, was sowohl die Herstellung als auch die Verarbeitung massiv erleichtert. Der Kunststoff ist dabei so designt, dass man ihn mit sämtlichen klassischen Verfahren wie beispielsweise Spritzguss oder Extrusionen verarbeiten kann. Auch in modernen Verfahren wie beispielsweise dem Extrusionsbasierten 3D-Druck kann man dieses Material prozessieren. Schlüsselkomponente ist ein spezielles, hier in Freiburg entwickeltes Polyethylen mit Anteil an extrem langkettigen Molekülen, also sogenanntem ultrahochmolekularem Polyethylen. Und diese ultralangen Polymerketten werden quasi wie eine Faser im 3D-Drucker entlang der Druckrichtung verstreckt und ausgerichtet. Und so erhalten sie wirklich enorme mechanische Eigenschaften, sei es massiv gesteigerte Steifigkeit, Zugfestigkeit, Schlagzähigkeit und auch die Abriebbeständigkeit wird massiv gesteigert gegenüber konventionellem gewöhnlichen Polyethylen. Kombiniert man diese Materialien nun mit dem 3D-Druck, hat man ganz neue Möglichkeiten bei der Fertigung. Sie können durch Prozessdesign gezielt die Ausrichtung und damit die Verstärkung an die Belastungen anpassen, die auf das Bauteil wirken. Nehmen wir beispielsweise Zahnräder. Durch 3D-Druck mit unseren Materialien können sie genau an der Stelle ganz gezielt Selbstverstärkung generieren, wo sie gebraucht wird. Und das ist natürlich im Bereich der Zähne. Und dieses Konzept lässt sich natürlich auf beliebig komplexe Bauteile auch mit ganz speziellen Anforderungsprofilen übertragen. Kombiniert man also die selbst verstärkenden Kunststoffe auf der einen Seite mit der Vielseitigkeit des 3D-Drucks auf der anderen Seite, erhält man ganz neue Produktionsmöglichkeiten und Anwendungen für eine nachhaltige Zukunft. Apropos Nachhaltigkeit im 3D-Druck. In meiner Doktorarbeit verwende ich erstens 3D-Druck mit Licht und biobasierte und nachwachsende Rohstoffe an, die man erstmal nicht so denkt. Wie zum Beispiel Orangenschalen. Der Vorteil bei Orangenschalen ist, in der Orangensaftproduktion fallen sowieso tausende von Tonnen pro Jahr an als Abfallprodukt. Sprich, wir können sehr nachhaltig diese Biomasse einsetzen, da wir nicht mit der Lebensmittelproduktion konkurrieren. An unserem Institut können wir jetzt das Extrakt von Orangenschalen nehmen und es zu fotoherdbaren Verbindungen in einer einfachen und einstufigen Synthese umsetzen. Das Gute an der Synthese ist, dass wir im Sinne der grünen Chemie keinerlei schädliche Lösungsmittel einsetzen müssen. Anschließend setzen wir diese fotoherdbaren Verbindungen im stereolithografischen 3D-Druck mit UV- oder Blaulicht ein. Durch die sehr genaue, punktuelle Beleuchtung können wir dann an den Stellen das Objekt aushärten. Und das Beste ist, bei der etablierten Synthese und Verarbeitung können wir eigentlich nahezu jeden natürlichen Rohstoff einsetzen. Das heißt, je nach Struktur der Ressource können wir Materialeigenschaften maßschneidern. Die Materialeigenschaften unserer 3D-gedruckten Objekte aus den Orangenschalen stehen den kommerziellen und bekannten Verbindungen auf Basis von Bisphenol A in nichts nach. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar Verbindungen, die niederviskoser sind und entsprechend sich einfacher und schneller verdrucken lassen. Darüber hinaus enthalten unsere Herze nicht die gesundheitsbedenklichen Bisphenole, die aber trotzdem zum Beispiel in unserem tagtäglichen Leben in der Dentalmedizin eingesetzt werden. Die Kombination von nicht-toxischen Komponenten und dem hochpräzisen 3D-Druck ist für biomedizinische Anwendungen von sehr großem Interesse. Der 3D-Druck revolutioniert im Moment die Medizintechnik. Maßgeschneiderte Implantate sowie Hüftgelenke oder Organe aus dem 3D-Drucker sind schon längst keine Visionen mehr, sondern Realität. Und wir am Freiburger Materialforschungszentrum sind Teil dieser Entwicklung. Ein Forschungsgebiet von uns ist die Verwendung von Polymermaterialien in Kombination mit dem 3D-Druck für neuartige Knochen- und Geweberegeneration. Die Polymere werden dabei als Gerüststrukturen für Knochenregeneration verwendet. Diese Gerüststrukturen werden durch eine ganz spezielle Methode, das 3D-Dispensing, hergestellt. 3D-Dispensing, das kann man sich vorstellen wie eine Verarbeitung einer hochviskosen Paste aus einer Polymerlösung, die zu einem bestimmten individuellen Bauteil verarbeitet wird. Die von uns verwendete Paste ist ein kohlenhydratanaloges Polymer, was aufgrund seiner chemischen Struktur, die einem Zucker ähnelt, als besonders biokompatibel gilt. Es war bislang nicht möglich, diese Paste mit konventionellen Methoden zu verarbeiten. In Verbindung mit dem 3D-Dispensing ist es uns gelungen, ein Material herzustellen, welches hochporös ist. Diese hohe Porosität ist eine der essentiellsten Eigenschaften, wenn es darum geht, einen Knochen nachzubilden. Große Poren sorgen für einen reibungslosen Transport von körpereigenen Zellen durch das Material und kleine Poren sorgen für eine hohe Oberfläche und einen gleichzeitigen Ankerpunkt für diese Zellen. Das Material an sich stellt aufgrund seiner chemischen und enzymatischen Inertheit sowie seiner hohen Biokompatibilität und der Strukturanalogie zu Zucker das perfekte Material zur Knochenregeneration dar. Diese Synergie aus neuartigen Polymermaterialien und dem 3D-Druck hat es also erst möglich gemacht, solche Materialien individuell angepasst zu fertigen. Vielen Dank für Ihr Interesse und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne.